Musik Mein Filmtipp heute ist The Iron Ministry von J.P. Snidecki. Das ist ein Film aus unserer Doc Guest Reihe, dieses Jahr mit dem Fokus auf China. Und ich habe diesen Film ausgewählt, weil ich finde, dass er ein sehr ungewöhnliches, sehr unaufgeregtes Bild in einem Mikrokosmos zeigt, der uns das ganze große China näherbringt. Man bewegt sich in diesem Film auf einer Zugreise in verschiedenen Zügen und Abteilen mit verschiedenen Menschen und Geschichten und erlernt dadurch ein Kaleidoskop an vielen Ereignissen und erlernt somit ein Land von der Größe in klein näher kennen. Ein absolut sehenswerter Film, wie ich meine. Und ich würde mich freuen, wenn viele Leute ihn sich anschauen. Mein Name ist Adelie Kohut. Ich bin die Assistenz der Festivalleitung und hier mit Programmen und Finanzen betraut. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020